Durch die fix installierten automatisierten Smart Grid Cabinets entfallen sowohl das aufwendige Installieren von einem temporären Anschluss als auch die überirdischen Kabelbrücken. Sie machen also den Aufbau für unser Young Stage Open Air wesentlich effizienter und damit auch günstiger. Wir haben den temporären Anschluss unkompliziert über die IWB-Webseite gebucht. Der Anschluss wird zum reservierten Zeitpunkt dann automatisch mit der von uns gebrauchten Leistung freigeschaltet. Von dieser Vereinfachung profitiert auch unser langjähriger Elektropartner die Karl-Schweizer AG.